Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen diesen beiden Pistolen? Das erfährst du jetzt im Video. Es gibt viele verschiedene Pistolen auf dem Markt. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Und welche ist für was gut? Fangen wir mal an. Es gibt Service Pistolen. Das sind wirklich Pistolen. Die sind für den Einsatz gedacht. Kommen aus der Polizei und Militärbranche, sind aber natürlich auch Privatpersonen etwas, sei es Selbstverteidigung oder sei es auch einfach nur als erste Einstiegswaffe. Denn diese Pistolen sind recht günstig. Sie sind aus Polymer gefertigt, das heißt der Griffstück und alles ist aus Plastik und dadurch sehr leicht. Das ist sehr angenehm, wenn man diese Pistole den ganzen Tag im Holster tragen muss. Sie sind nicht schwer, sie gehen nicht kaputt, sie zerkratzen nicht und vor allem, egal wie dreckig sie sind, die schießen. Die sind wirklich dafür gedacht, um alles auszuhalten, den ganzen Tag im Einsatz zu sein und dein Leben auf fünf Meter oder zehn Meter zu retten. Sie sind allerdings nicht dazu gedacht, um auf 25 Meter auf einem Schießstand präzise zu schießen. Ja, sie sind präzise, keine Frage. Allerdings, sie haben meistens einen Strikerfeierabzug, der eher dafür gedacht ist, dass du auch im Stress durchreißen kannst. Nicht unbedingt, damit du wirklich präzise und sanft abziehen kannst. Das heißt, sie machen es dir einfach nicht so leicht, präzise zu schießen. Mit genug Training geht das auch, aber wir wollen auf den Schießstand gehen und Spaß haben. Also was nehmen wir dafür? Dafür gibt es zum Beispiel Sportpistolen. Das ist eine ganz klassische CZ Shadow 2. Ja, die ist schon ein bisschen modifiziert, das ist meine private, aber im Grunde kann man sagen, das ist wirklich eine Pistole. Die kann man sich kaufen, die ist eher im mittleren Preissegment und sie macht Spaß zu schießen. Sie hat einen sehr, sehr angenehmen Abzug. Sie ist schwerer, denn sie ist eine Metallpistole. Jetzt ist schwerer nicht unbedingt immer schlechter, denn umso schwerer die Waffe ist, umso mehr Masseträgheit hat man und umso angenehmer ist der Rückstoß. Bei den Servicepistolen ist das eher ein starker Stoß und eher etwas unangenehm. Gleiches Kaliber bei diesen Pistolen ist das eher ein sanfteres Schieben und sehr angenehm zum Schießen. Es braucht auch Training, es macht aber mehr Spaß und der Abzug ist wie gesagt schon viel angenehmer. Natürlich gibt es unter den Sportpistolen auch verschiedene Kategorien. Das zum Beispiel ist eine Alien. Ein ganz neues System. Hier ist der Lauf nämlich nicht oben, sondern ist mit der Federführungsstange vertauscht, das heißt der Lauf ist unten. Dadurch hat sie einen sehr, sehr flachen Rückstoß, sehr angenehm zum Schießen, geht eher schon in die Richtung Ferrari und es wirklich macht einfach Spaß zum Schießen. Natürlich ist sie auch etwas teurer und natürlich ein Ferrari braucht auch Liebe und Pflege. Diese muss gereinigt werden. Im Gegensatz zum Beispiel zur Servicepistole, die immer schießt, egal wie dreckig sie ist, muss man sich um sowas kümmern. Das muss man reinigen. Und dann gibt es noch die Formel 1. Das ist meine Open, mein Schätzchen. Ich liebe sie über alles. Das ist im Grunde alles, was irgendwie geht und was irgendwie zu tun ist, ist da gemacht. Man hat einen Kompensator, ein Rotpunktvisier, großen Jetfunnel und alles was einfach geht. Allerdings, dieses Schätzchen wird nach spätestens 1000 Schuss nicht mehr schießen, denn dann will sie geputzt werden. Und sie braucht die richtige Munition, die richtige Pflege, die richtigen Magazine. Also das ist wirklich etwas, da muss man sich wirklich darum kümmern und das braucht wirklich Liebe und Zuneigung. Möchtest du eine Alltagspistole, die immer schießt, egal was passiert, die immer zu dir steht, allerdings dir das präzise Schießen auf 25 Meter nicht so leicht machen wird? Oder möchtest du lieber wirklich etwas Hochpreisiges, etwas richtig Geniales, was wirklich gut schießt? Oder sagst du eher, ich bin erst am Anfang, ich will vielleicht selbst auch ein bisschen tunen. Ich nehme erstmal eine CZ, zum Beispiel eine Shadow und habe einfach Spaß auf dem Schießstand und genieße das Schießen, denn Schießen macht ja Spaß.